Es sollte das große Comeback in Deutschland werden. Am 6. September 2025 sollte Michael Wendler sein erstes Deutschlandkonzert seit Jahren in Oberhausen spielen. Doch daraus wird nichts. Der Stadtsportbund Oberhausen hat den Vertrag mit dem Veranstalter für nichtig erklärt, das Event findet nicht statt. Heftige Absage. Es wird kein Wendler-Konzert in Oberhausen geben. Die nächste Klatsche für Michael Wendler, 51, und seine Fans, die eine Schlappe nach der anderen hinnehmen müssen. Nachdem sich der Sie liebt den DJ-Star im Jahr 2020 komplett in seine Wahlheimat USA zurückzog, warten die Anhänger des Schlagerstars auf einen weiteren Live-Auftritt in Deutschland. Doch mindestens genauso groß ist der Gegenwind, der dem Wendler entgegenschlägt. Wegen Protesten müssen immer wieder Auftritte abgesagt werden, eine RTLZ-WII-Dokusupp platzte. Erst am Montag machte jedoch die Meldung um ein Ende der Wendler-Pechsträhne die Runde. Wie Thomas Hoffmeister gegenüber schlager.de bestätigt haben soll, werde Michael Wendler am 6. September 2025 sein erstes Deutschlandkonzert in Oberhausen spielen. Es hieß, die Veranstaltung steht fest. Die Verträge sind unterschrieben. Es existiert kein unterschriebener Vertrag. Das sieht der Stadtsportbund Oberhausen eingetragener Verein, dem das Konzertgelände gehört, anders. Via Instagram verbreitet der Verein nun eine Gegendarstellung, die es in sich hat. Es werde kein Wendler-Konzert auf der Anlage geben. Die Meldung im Wortlaut. Der Stadtsportbund Oberhausen eingetragener Verein distanziert sich auf jegliche Art und Weise von den Äußerungen eines Michael Wendlers. Es existiert kein unterschriebener Vertrag zwischen dem Veranstalter Herrn Thomas Hoffmeister, Zeitlos Entertainment UG, und dem SSB. Herr Hoffmeister hat lediglich im Dezember angefragt, ob er die SSB-Sport- und Freizeitanlage für eine Schlagerveranstaltung im September 2025 buchen kann. Er erwähnte nicht, dass es sich um ein Wendler-Konzert handelt. Erst durch Dritte erfuhr der SSB am 12. Januar 2024 davon, dass M. Wendler in Oberhausen auftreten soll. Der SSB-Vorstand hat daraufhin gestern beschlossen, dem Veranstalter dafür keinen Vertrag auszustellen. Herr Hoffmeister wurde heute schriftlich aufgefordert, seine Werbung und Äußerungen in der Presse zurückzunehmen und richtigzustellen. Offenbar wurde dem Verein die nicht unwichtige Information vorenthalten, wer da am 6. September auftreten sollte.